Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Besiege so wir waren jetzt stehen geblieben bei den hier zu Nacht ok ja mal schauen was war denn das ach ich erinnere mich wieder ich musste die Burg zerstören ja ja dann schauen wir mal was können wir da machen so erstmal baue ich hier mein Grundgestell zack 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 fertig mach mal was anders nicht bei dir Gummi so warte mal ist da was vor weil da ist die Jugend boah ich klicke ach na gut so 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 jetzt war noch mal hier was ran schick schick ich probiere einfach nur so eine Plattform zu machen wo da ein paar Bomben drauf sind die dann einfach runterrollen wenn das so klappt wenn das so klappt da 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 ok so dann machen wir das mal nochmal play ach, ich wollte schon wieder mit W.A.S.D fahren Ja, das war zu schnell warte mal, ich muss noch mal lenken, die war nicht, oder? da gehen wir erst mal hier wieder weg dann setzen wir noch mal schnell dass sie nicht runterfallen aber hier war ein saunen rum das sieht doch schön aus das sieht doch schön aus kann man hier nicht auf eine türen machen nicht nur ich muss bis zum was ist bist du ich probiere einfach mal aus was ist das auf habe ich jetzt auf h drücke ich habe mal eine idee ok den habe ich vielleicht viel vielleicht noch keine gute aber die ist jetzt sehr nice reifen war nach so den nehmen wir hier wieder weg wegradieren dann war das hier einmal nach links nach rechts und der war nach rechts nach links und hier machen wir noch mal rein wo war das mechanik ich gehe nur ein block ob das reicht die ist nett mechanik da so mit haar dann schauen wir jetzt mal ok dann rollen sie runter ja obwohl dann wahrscheinlich auch kaputt ach das wird schon passen da passt schon hoffentlich so wo sind die bomben da hinten bei uns da hinten bei uns ne oh jetzt passt ja noch 3 auf kein problem wird auch ja mal die anderen sachen gleich ausprobieren und was ist das ne wasserkanone ich glaube davon geht keine kaputt es hat geklappt ich brauchte noch nicht mal haast zu drücken dass alle runter wollen dann muss ich mir noch mal anschauen hier oh ja nice 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 ok gut zur nächsten zone ok ich muss das doch dann zerstören da schießt gleich jemand mit einer kanone auf mich ja mal drehen ja mal drehen dann drehen wir nochmal hier ein bisschen so dann nehmen wir nochmal für Reifung den Schutz und dann machen wir nochmal den hier weg und setzen den da drüber damit es noch ein bisschen schöner aussieht ach können wir nochmal hier so klein rein setzen ne passt nicht naja ich auch nicht so gut so brauchen wir ja nicht unbedingt ok aber den müssen wir weg machen so dann werde ich mal jetzt ja play drücken boah voll erwischt voll 8 wenn ich schieße auch in den Fall nein na gut ok dann komme ich ja sowieso nicht durch obwohl ich könnte es mal probieren und dann nehmen wir die Bomben weg dann brauchen wir jetzt alles hier auch nicht den Zaun dann brauchen wir jetzt alles hier auch nicht den Zaun ach komm machen wir alles einmal weg hier alles weg war Mülleimer Mülleimer zack alles weg dann machen wir jetzt den kleinen Flitzer wieder die Blöcke machen wir da einen ran da einen ran hinten machen wir mal zwei Antriebe gleich hier machen wir hier machen wir hier meinen kleinen Flitzer den 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 und die oh ich bin mal da durchfallen so selten ja kann ich mal sagen dann dann befestige ich nochmal alles hier so schön miteinander dann machen wir jetzt noch äh 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 die Breifung links rechts ich könnte es auch mit A D machen ja aber dann bewege ich die Kamera also rechts links äh muss ich schon mal runter gehen am Boden und dann brauchen wir nochmal die Armor so dann nehmen wir die Kleinkrüpse hier dann nehmen wir die Kleinkrüpse hier gut dass man hier kein budget hat dass du so und so viel stahl oder so was hast kannst hier bauen so ich denke mal jetzt geht's los die schießen auf mich ich habe eine Ratte verloren die Kanonen können nicht nur schießen das ist schon mal gut aber ich komme hier auch gerade überhaupt nicht weiter also es wird schon mal nichts ich bin warum nicht an der kanon dran 90 prozent war das jetzt hänge ich fest na er kommt raus, er kommt raus er wird doch verquetscht normal Mensch was gibt es doch nicht hier so schau mal wo wäre noch was gewesen hier ist ein Bogenschütze ein Bogenschütze und eine Kanone ok zwei Bogenschütze und die reichen nicht aus warum kommen wir nicht hin so dann werden wir jetzt noch was anderes probieren probieren wir mal jetzt hier die Waffen einfach mal aus Feuerball schau mal was macht der Feuerball ja gut ja gut da verkebt mich ab also da Feuerball ist eine Dobi obwohl wir da unten sitzen ne ich weiß nicht wie ich den da loswerden naja vielleicht ist auch gut aber nicht jetzt die Eisenkugel die Eisenkugel und die Granate Granade Granade auf Kabel gezündet ok ok die kann ich da absetzen und dann mit Karsten wusste die na ok also die ist ein bisschen besser wie die Bombe die Bombe explodiert ja sofort bei einer Diktation bei einer Erschütterung die Granate musste zünden wort das ist das nicht mit Fackel mit Fackelhalter oh was mach ich da mit Block mit Block so nochmal wo war das die Wasserpistole wollte ich auch wieder mal ausprobieren die geht mit Pipschilogli ok ok die macht keinen Schaden und die macht halt nur alles nass boah wieviel Wasser hat Windel Wasser die Kamera schon wieder ok ok die Reifen sind alle kaputt gut 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 also Wasser ist wahrscheinlich unendlich da was ist das hier 10 Sekunden 10 Sekunden kann es damit schießen nur ein Schuss nur ein Schuss nur ein Schuss aber wir werden mal sehen wie das aussieht der ein Schuss auf 10 ok ein Schrot ok gut 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 was ist das Metal Blade Metallschwert ok 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 jetzt wird den weg den weg den weg und Christ sade das wird sie noch ausprobieren brennende brennende Fackel guck mal da gibt dass die Fackel die Granate anbleibt schauen wir mal meine Reifen da oben hin warte kommt noch zurück gerollt das ist ja voll doll und umdrehen hey voll erwischt ok ok also das wird brennende Fackel das nehmen wir wieder aus ich spiel nicht gern mit Feuer ich fucke mich nur immer selber mit ab ok ne so so jetzt wir müssen da oben die eine Kanone kaputt kriechen wenn ich jetzt hier vorne die eine normale Kanone rein die hier die schießt geradeaus müsste das hier höher ne wo war das da war vor allem Kreuz nach oben ziehen dann machen wir hier unten die Blöcke nochmal rein ganz schön teilweise ein bisschen schwierig zu steuern hier aber was sollts was sollts jetzt mal die Reifen ran dann machen wir links rechts rechts links und noch ammo ran da war's da war's falsch da war's falsch ich hab's hier auf ammo gewesen und dann wir machen die beiden hier weg wir nochmal ach das müssen passen so nach unten machen wir gleich play und die Kanone war auf und was war die Kanone auf c nochmal gleich play und wo c da ist c das ist ich habe haben schuss die hann 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 ich kann da oben sowieso nicht mehr ran yeah warum muss mein reifen schon wieder ab was ist mit dem reifen passiert? na gut jetzt ist schon was dann sollen die erstmal ihren kanonenkuhl wegschießen und ich fahre die jetzt einfach mal von hinten so ich hasse die bogenschützen nur einmal umfahren die bogenschützen also nach rechts zieht er jetzt ganz schön gut einen schuss habe ich noch frei toll jetzt habe ich es auch so geschafft jetzt von den zwei bogenschützen halt den da oben muss jetzt noch einmal abschließen so c bam so ja das wars so ich hoffe euch haben die zwei runden gefallen und ich freue mich wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis daheim viel spaß und auf wiedersehen wir sehen uns dann wir sehen uns dann bis bald bis bald